So Freunde, ja willkommen bei einer neuen Folge von Clash Royale. Ich habe ganz viel gespart. Mittlerweile genau 500 tolle Diamanten, Leute. 500, wow, das ist sehr geil. Und es gibt ein Sondergebot in dem Shop. Ja, es gibt eine legendäre Truhe. Ich weiß nicht, ich wollte die erstmal einfach kaufen, aber ich glaube, die öffnet sich dann. Deswegen machen wir hier eine ganz, ganz, ganz kurze Special-Folge, wo ich eine legendäre Truhe öffne. Und bitte, ich hoffe, da ist was richtig geiles, legendäres drin. Bitte keine Prinzessin, bitte keinen Baumstamm oder sonst irgendeinen Scheiß. Was eigentlich ganz cool wäre, wir können ja mal kurz in den Kartenshop reingucken. Ähm, was wäre cool, was wäre cool, Leute? Elektromagier wäre ganz cool, Eismagier wäre ganz nice. Den Tunnelgräber, der wäre auch ganz cool, weil der kostet nur drei. Der kostet nur drei Elixier, das gibt's gar nicht. Nur drei Elixier. Funky kostet sechs und Friedhof hätte ich gerne. Also so, die Sachen wären ganz cool. Also entweder Eismagier, dann den Tunnelgräber oder den Friedhof. Das wäre so richtig nice. Aber gucken wir mal, was ich kriege. Komm, wir kaufen den Scheiß jetzt und dann sehen wir... Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Du epischer Fehl, ey! Was soll ich mit diesem Scheiß-Kampfholz? Ganz ehrlich, dafür habe ich meine... Oh nein, wie bitter ist das denn? Oh mein Gott! Und dann noch Ausverkauf. Oh fuck, ey! Ich könnte platzen, ne? Ich platze, Leute. Ich platze wirklich. Nein! Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Oh mein Gott, ey! Zum Glück habe ich hier keine Facecam-Aufnahmen gemacht. Ey, ich dachte mir so, boah, kum. Unsere erste legendäre Truhe öffnen wir und dann kommt so eine Scheiße bei rum. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Tut mir leid. Das ist aber wirklich einfach nur großer Mist. Also ich kann damit gar nichts anfangen. Manche würden sich vielleicht freuen darüber. Aber das ist gar nicht mein Fall. Also komplett 0,0. Nix. Nix für mich. Shit. Naja. Okay, ja, das war's auch für diese Folge. Mehr wollte ich eigentlich nicht zeigen. Ich dachte immer, okay, legendäre Truhe, aber das ist echt übelst nach hinten losgegangen. Schade. Gut, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Clash Royale, Freunde. Bis zum nächsten Mal.